Hallo! Heute habe ich wieder mal ein Make-Up-Tutorial für euch und zwar habe ich mir selber die Challenge gestellt, mich mit Produkten zu schminken, die ich sehr, sehr lange nicht mehr benutzt habe. Ich denke, wir alle kennen das. Wir haben ein riesen Arsenal an Schminke und es gibt dann doch immer so im Moment die Sachen, die man immer, immer benutzt, jeden Tag und die anderen Sachen, die gerade ein bisschen in Vergessenheit. Und ich habe einen Kommentar unter einem Video bekommen, warum ich mich nicht mal mit Schminke schmink, die ich schon sehr lange nicht mehr benutzt habe. Und jetzt habe ich einfach so ein paar Sachen rausgesucht und damit diesen Look geschminkt und wieder so ein paar Schätze entdeckt, die ich sehr lange nicht mehr genommen habe. Und ja, die habe ich jetzt wieder lieben gelernt. Vorweg muss ich kurz sagen, das erwähne ich im Video auch sehr oft, das Licht heute ist ganz katastrophal, weil so viele solche Wolken, da sind solche weißen Bausche-Wolken und die Sonne da immer dahinter geht, dann wird sie jetzt schon dunkel, dann kommt sie wieder raus, dann bin ich wieder überbelichtet. Also, stört euch nicht am Licht, ich kann da leider nichts dafür und dann würde ich sagen, höre ich jetzt auf zu plappern und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Ich fange an mit dem P2 Feel Natural Concealer. Ich habe den in der Farbe 010. und ich bin mir, um ehrlich zu sein, gar nicht mehr sicher, ob es den jetzt gerade überhaupt noch gibt. Ich bin jetzt eh wegen den ganzen Sortimentsumstellungen so ein bisschen verwirrt. Auf jeden Fall habe ich den früher sehr gerne benutzt und habe den dann irgendwann wieder liegen lassen und ja, dachte mir, ich könnte den ja mal wieder rausholen, weil ich weiß auch nicht, ich habe halt tausend Sachen und dann, ihr kennt das ja bestimmt, ne, dann lässt man halt was wieder liegen, benutzt es tausend Jahre nicht mehr und dann benutzt man es wieder und merkt, es ist total toll und man mag es eigentlich total gerne. Ja, also ich bin jetzt mal echt gespannt, weil vielleicht entdecke ich ja wieder ein paar Sachen, die mir sehr, sehr gut gefallen und ja, habe dann wieder was, was ich benutzen kann, ohne mir was Neues kaufen zu müssen. Entschuldigt übrigens das Licht hier, das ist heute sehr wechselhaft, weil ganz viele Wolken draußen sind und aber trotzdem blauer Himmel ist und dann geht die Sonne halt immer wieder hinter die Wolken und kommt wieder vor und dann ist es immer ein bisschen hell und dunkel und ja. Also, der Concealer lässt sich sehr schön verblenden, also ich weiß wieder, warum ich den ganz gerne mochte, aber er deckt nicht so schön, finde ich, wie mein Maybelline Concealer, den ich im Moment immer benutze. Also, ich denke nicht, dass ich mir, wenn der leer ist, den nochmal nachkaufen werde, aber ich kann ihn definitiv mal noch ein paar Mal benutzen, weil schlecht ist er nicht auf jeden Fall. So, als Puder habe ich mir meinen P2 Feel Good Mineral Compact Powder ausgesucht. Das habe ich in der Farbe 030 Beige Desert oder was und das ist schon sehr, sehr leer, wie ihr sehen könnt. Seid ihr eigentlich interessiert an einem Hit The Pan Video? Also, ich habe gesehen, dass, ja, sehr viele das ja machen. Boah, staubt es. Und, ähm, weil ich brauche, ähm, Schminke sehr selten auf, muss ich sagen. Also, nur wenig Sachen und wenn ja, dann dauert das immer so lange. Und werdet ihr da irgendwie daran interessiert, weil, ähm, wenn ich ein Aufgebraucht Video mache, was auch schon in Planung ist, ich sammle da auch schon für, ähm, dann wäre da halt keine Kosmetik mit drin. Also, wenn ihr gerne ein, äh, Hit The Pan Video möchtet, dann könnt ihr mir das gerne mal in den Infos da lassen. Ja, also das Puder ist eigentlich ganz schön, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nur, dass das nicht so ewig mattiert. Deswegen habe ich es schon eine Weile nicht mehr benutzt. Aber jetzt im Herbst, Winter kann ich das mal aufbrauchen, weil da ist man ja nicht so glänzig und schwitzt so viel und sowas. Dann, ähm, ja, könnte ich dazu eigentlich mal wieder greifen. So, wenn ihr meine Videos schon eine Weile schaut, dann wisst ihr vielleicht, dass ich früher sehr viel den Alverde-Augenbrauenstift benutzt habe, wo, ähm, hinten eben so ein Bürstchen dran ist zum Verblenden. Und ich habe mir überlegt, ich, äh, habe jetzt in letzter Zeit sehr viel Augenbrauenpuder benutzt. Ich, äh, mache jetzt meine Augenbrauen einfach mal wieder mit diesem Stift und, äh, bin gespannt, ob ich das überhaupt noch kann. So, also ich bin wirklich ein sehr großer Fan von Augenbrauenpuder und ich mag eigentlich in letzter Zeit auch ganz gerne, und dass die Augenbrauen vorne so ein bisschen balkenmäßig sind. Und, äh, das geht natürlich mit diesem, ähm, Augenbrauenstift nicht. Und dann, damit sehen sie halt sehr viel natürlicher und sehr, sehr viel dünner aus. Aber, ähm, ja, ich weiß nicht, es hat mir eine Weile lang gut gefallen, aber ich muss sagen, jetzt im Moment mag ich einfach doch lieber dieses, ähm, dieses pudrige und das balkenmäßige und, ja. Ich muss mir auch jetzt unbedingt ein neues von diesen Bürsten hier kaufen. Weil das hier, äh, geht schon total kaputt. Und, äh, das wäre sehr schlecht. Also ich muss unbedingt mal zum DM rennen und mir eine neue holen. Und hier lasse ich jetzt gerade meine Augenbrauen wachsen. Und das ist das Nervigste überhaupt, finde ich. Weil ich habe das Gefühl gehabt, die sind zu kurz geraten, also zu weit, äh, nach drüben. Und, äh, jetzt lasse ich die da gerade wachsen. Und die wachsen da aber nur so spärlich irgendwie. Und, ähm, das kann man nicht ausfüllen. Und dann sind die da halt immer leer, sozusagen. Und das sieht immer so, so wurschtelig aus. Und, äh, naja. Na ja. So, also ihr seht, ich wische hier irgendwie viel rum. Äh, das mit dem Augenbrauenstift, das gefällt mir gar nicht mehr. Also irgendwie habe ich da kein Talent mehr für. Oder ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ja, für euch sieht das jetzt vielleicht aus wie immer, aber für mich nicht. Äh, ich weiß auch nicht. Ich komme mit Augenbrauenpuder irgendwie besser klar. Ich habe das Gefühl, dass das so schmierig ist. Also, ja. Entweder ich muss das wieder üben oder ich bleibe halt doch beim Augenbrauenpuder, denke ich mal. So, dann einen Bronzer. Da habe ich mir den, äh, Essence Sun Club Bronzer ausgesucht. Ihr seht, da ist hier noch so ein Blush mit drin. Das habe ich aber ehrlich noch nie verwendet. Also, ähm, ja. Aber, äh, diesen Bronzer habe ich früher sehr viel benutzt. Und ich glaube, da war das auch der Einzige, den ich hatte. Ich habe das schon eine ganze Weile. Das ist nämlich die Farbe 01 Good Morning Sunshine. Ich glaube auch gar nicht, dass es das gibt. Oder ich weiß nicht, ob das eine LE war. Oder keine Ahnung. Auf jeden Fall, ähm, probiere ich den jetzt mal wieder aus. Vielleicht gefällt er mir ja. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß auch gar nicht, ob ihr jetzt mit diesem, mit diesem doofen Licht hier überhaupt dann was sehen könnt. Das ist natürlich die Frage. Also, ich finde, der lässt sich irgendwie nicht so gut verblenden. Und er ist so ein bisschen orange. Also, ich weiß echt nicht, wie gut das in der Kamera rüberkommt. Aber der ist so ein bisschen zu orange für meinen Geschmack. Also, ich weiß nicht. Gefällt mir nicht so gut. Und es ist schwierig, da was rauszukriegen, wegen diesem Blush, was daneben ist. Und das glitzert eben. Und man geht irgendwie automatisch immer so ein bisschen in beides rein. Also, ja. Und er lässt sich eben echt schlecht verblenden. Finde ich zumindest. Also, hm. War auch vielleicht eher ein Griff ins Klo. Und ein Blush. Also, Blushes habe ich irgendwie so viele. Und da benutze ich so viele nur so unregelmäßig. Aber eins, was ich wirklich lange nicht mehr benutzt habe, ist das von Sleek. Und zwar ist das die Farbe Coral. Und das sieht so aus. Also, das ist so ein Rotbraun. Und das habe ich sehr lange nicht mehr benutzt. Ich glaube aber, dass das immer ganz schön war. Ich fand aber jetzt, ja. Es ist ein bisschen schwierig, finde ich, da Farbe rauszukriegen. Ich weiß nicht, ob das vielleicht daran liegt, dass ich da mal die oberste Schicht wieder ein bisschen ablösen müsste. Weil eigentlich fand ich das immer ganz hübsch. Aber es ist so, man hat das Gefühl, das wäre schlecht pigmentiert. Aber die Sleek Blushes sind auf keinen Fall schlecht pigmentiert. Ich glaube, ich muss einfach die oberste Schicht mal wieder ein bisschen abwischen. Aber eigentlich finde ich, sieht das ganz hübsch aus. Also, das könnte ich auf jeden Fall mal wieder benutzen. Das gefällt mir eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also, ihr seht, das gibt eigentlich ganz schön Farbe ab. Und gibt so einen recht natürlichen Teint. Das sollte ich mal wieder öfter benutzen. Und gerade jetzt so im Herbst finde ich es eigentlich ganz hübsch. So ein bisschen mehr Orange, nicht so rosa. Außerdem hat es keinen oder nur ganz wenig Schimmer. Also, nicht so übertrieben glitzerig. Finde ich jetzt so für den Herbst eigentlich, ja, ganz hübsch. So, weiter geht's mit Lidschatten. Ich habe jetzt mal so ein bisschen durchgeschaut. Und habe zwar ein paar einzelne Lidschatten, die ich vielleicht wenig benutzt habe. Aber ich habe eine Palette, die habe ich wirklich sehr lange nicht mehr benutzt. Und zwar ist das meine BH Cosmetics Palette. Die habe ich auch in meiner Schmink-Sammlung mal ganz kurz gezeigt. Und ich dachte mir, wow, ich bin da ein bisschen weiß. Ich muss da einfach mal wieder ein bisschen näher drauf eingehen, weil die ist wirklich toll. Und diese BH Cosmetics Paletten, die sind eigentlich echt richtig schön. Und ich habe einfach echt viel zu wenig erst damit gemacht. Also, ich habe die 120er Palette. Das ist die dritte Edition. Und da ist einmal so eine sehr farbenfrohe Palette drin. Mit, ich glaube, ja, 60 so bunten Tönen. Da sind matte und auch glitzernde Töne dabei. Und dann ist unten drunter nochmal eine Palette mit 60 mehr so erdigen Tönen. Also Blautöne, Brauntöne. Und da ist eigentlich echt alles dabei. Da sind auch wieder matte und schimmernde dabei. Und wenn man diese Palette hat, dann hat man echt viele Farben. Und diese Farben sind wirklich von guter Qualität. Und sie sind sehr schön pigmentiert. Und ja, ich weiß gar nicht, warum ich die so wenig benutze. Ich glaube, weil es mir einfach zu umständlich ist. Und weil man so ein bisschen überfordert ist, welche Farbe man nehmen soll. Deswegen dachte ich mir, ich schminke jetzt mal wieder damit was. Ich glaube, die konnte man neulich auf Mia Cosa bekommen. Ich weiß aber, dass ich meine über Amazon bestellt habe. Ich suche mal den Link raus und poste euch den unten in die Infos, falls ihr daran Interesse habt. Die kosten so um die 20 Euro. Und 20 Euro für 120 Farben ist definitiv nicht viel. Ich hole euch jetzt mal näher rein, damit ihr auch was erkennen könnt. So, also ich fange an mit dieser eher erdig-tönigen Palette. Und nehme jetzt mal, was nehme ich denn? Hier dieses Graublau. Also ich möchte jetzt eher was ein bisschen, ich weiß nicht, in gedeckteren Tönen schminken. Das Ding ist halt schon, wenn man irgendwie diese anderen Farben benutzt, das ist irgendwie, naja, sie sind ja nicht so alltagstauglich, so ein Giftgrün oder was. Aber ich weiß nicht, wie gut ihr es erkennen könnt, der typische YouTuber-Spruch. Aber ich finde, dass diese Farben sehr, sehr schön pigmentiert sind. Und dass sie einfach auch echt eine tolle Farbauswahl haben. Also da kann man nichts sagen. Eigentlich, wenn man diese Palette hat, braucht man gar nicht mehr viele andere Farben. Wobei, das ist immer Quatsch zu sagen, weil ich bin auch immer die Erste, die losrennt und sich noch mehr Farben kauft. Aber ich denke, ich sollte diese Palette hier wirklich mal wieder mehr benutzen. Also, so, jetzt habe ich so ein leichtes Graublau auf den Augen mit ein bisschen Schimmer drin. Ich mache jetzt weiter mit diesem schimmernden Blau hier. Das finde ich auch sehr hübsch. Also vor allem in der Sonne, die funkeln echt so schön. Seht ihr auch da vielleicht. Aber jetzt nehme ich mal das hier, um das Ganze ein bisschen noch zu vertiefen. Ich sage es euch, das Licht, das macht mich heute echt irre. Also, und dann liegt hier noch die Katze auf dem Schreibtisch. Ich habe echt überhaupt keinen Platz, um irgendwas zu machen. Und dann ist das Licht noch so mies. Aber egal. Also ihr seht vielleicht, das ist auch eine echt schöne Farbe. So, um das Ganze ein bisschen smokiger zu machen. Also, ich verstehe wirklich nicht, warum ich die so lange nicht benutzt habe, diese Palette. So, also so könnt ihr mal vielleicht ein bisschen was erkennen. Ähm, ich finde es sehr, sehr schön, muss ich sagen. Äh, und ja, also, da kann man doch echt sich nicht beschweren. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen verblenden und werde dazu einen, diesen Ton hier nehmen. Das ist so ein Blau-Türkis und hat immer so ein bisschen goldenen Schimmer drin. Seht ihr das? Und das finde ich wirklich sehr, sehr hübsch. Also, damit werde ich das Ganze jetzt mal ein bisschen verblenden und mal gucken, was dann passiert. Also, das ist echt toll, weil dieses, diese bisschen helle Farbe, ähm, geht irgendwie sehr schön in das Dunkle über und hinterlässt noch so einen goldenen Schimmer. Also, das ist echt hübsch. So, und jetzt, ähm, möchte ich aber das Ganze hier, ich finde das jetzt noch sehr eintönig, also so, ähm, noch nicht so dreidimensional. Jetzt möchte ich das Ganze noch vertiefen und nehme dazu hier noch dieses, ähm, Grau-Schwarz-Silber mit irgendwie so ein bisschen holographisch schimmernden Partikeln drin, habe ich so das Gefühl. Und gebe das nur so hier in den Außenwinkel. Und was mir auch auffällt, es krümelt nicht hier runter. Also, das ist auch echt toll, ähm, dass es nicht so ganz puderig ist, aber sich trotzdem echt schön, also, man kann trotzdem schön Farbe auf dem Pinsel aufladen. So, und dann gehe ich jetzt noch, ach, jetzt nehme ich doch mal noch die, äh, helle Palette. Und nehme hier dieses, äh, Champagner-Creme-Weiß, wie auch immer, diesen hellsten Ton aus der ganzen Palette im Prinzip. Und, äh, verblende das nach oben hin zu den Augenbrauen, um eine weichere Linie zu gestalten. Also, Leute, warum? Warum habe ich die nur so wenig genommen? Möchtet ihr damit gerne mehr Tutorials haben mit dieser Palette? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Ich muss sagen, ich finde die wirklich sehr schön. Da lassen sich Looks zu allen Gelegenheiten zu schminken. Und, äh, ja, ich würde sagen, jetzt habe ich genug mit den Lidschatten gemacht. Weiter geht's mit dem Eyeliner. Der Eyeliner, den ich nehme, das ist ein Liquid Eyeliner von Elf. Ähm, den habe ich in, äh, früheren Tutorials recht oft verwendet, weil ich den eigentlich ganz schön finde. Das ist, äh, die Farbe Midnight. Und das ist so ein Mitternachtsblau, so ein dunkles Blau, kein Schwarz, obwohl das ein bisschen so aussieht. Und, ähm, ja, ist ein Liquid Eyeliner. Und ich werde mich daran jetzt mal versuchen. Den habe ich wirklich sehr lange nicht mehr benutzt, aber ich denke, das passt ganz schön jetzt zu dem Augenmakeup. Und, ähm, ich bin mal gespannt, ob ich das noch so halbwegs drauf habe damit, weil ich habe jetzt sehr viel Gel Eyeliner eigentlich benutzt in letzter Zeit. Und dann ja auch viel so Stifteyeliner. Mal schauen, ob ich das mit dem hier noch drauf habe. Ah, oje. Eyeliner hat jetzt unten so einen komischen Zacken gekriegt. Nicht so hübsch. Aber naja. Das war gar nicht so schlecht, ne? Also ich finde die Farbe auch wirklich sehr, sehr schön. Und es ist so ein schönes, tiefes Blau. Ähm, ja. Was mich hier stört, dass es in die Wimpern geht. Also, das finde ich nicht so cool. Aber ansonsten, gefällt mir das doch sehr gut. Jetzt mache ich mal noch das andere Auge kurz. So, also die Eyelinerstriche sind jetzt beide gezogen. Ähm, hoch, so. Also, äh, ich finde, jetzt hat es angefangen hier in den Ecken zu brennen. Und dieses Bürstchen geht so ein bisschen auseinander und das stört mich. Deswegen habe ich den wahrscheinlich auch eine Weile nicht mehr benutzt. Aber die Farbe, ich versuche euch jetzt mal ein bisschen reinzuholen, damit ihr das noch ein bisschen besser sehen könnt. Die Farbe, die ist wirklich richtig schön. Also besser kann ich es leider euch jetzt nicht zeigen. Aber ihr seht vielleicht, dass es nicht ganz schwarz ist, sondern so ein bisschen blau schimmert. Und, ähm, auch der Lidschatten schön schimmert. Also, damit kann man auf jeden Fall zufrieden sein. Jetzt tusche ich noch die Wimpern. Und dann war es das auch schon fast mit dem Make-up. Die Wimperntusche, die ich nehme, ist die Essence I Love Extreme Mascara. Ich habe die ja früher vergöttert wie noch was. Dann habe ich, äh, festgestellt, dass ich, äh, dass die anfängt zu bröseln. Und, äh, habe dann, äh, ein bisschen umgeswitcht auf andere Mascaras. Und, ähm, muss sagen, jetzt bin ich auch schon total aus der Übung, wie man mit der umgeht. Weil die halt sehr, eine sehr große Bürste hat, ne. Und ich finde, dass die auch sehr viel Farbe abgibt. Und diese anderen, die ich bis jetzt halt dann benutzt habe, ähm, ich weiß nicht, die waren im Auftrag irgendwie schöner. Ich muss sagen, ich liebe sie nicht mehr so, wie ich sie mal geliebt habe. Aber, ja, also, gerade jetzt hier an dem Auge, wo ein bisschen Eyeliner in die Wimpern ist, seht ihr vielleicht, dass sie jetzt so ein bisschen, äh, klumpig und fusselig werden. Also, wenn man das so nennen kann. Und für unten finde ich diese Mascara gänzlich ungeeignet, weil die viel zu groß ist, die Bürste. Ich komme damit gar nicht klar. Also, ich verschmiere mir hier immer alles. Außerdem habe ich meine Wimpern nicht gebogen und das finde ich auch ein bisschen merkwürdig immer. Aber das ist halt Gewöhnungssache. Auf jeden Fall ist das hier nicht mehr meine liebste Mascara, glaube ich. Also, irgendwie, ich weiß auch nicht, mit der komme ich nicht mehr so gut klar. Okay, wie ihr seht, ist das Augenmakeup fertig. Also, ich finde es eigentlich ganz schön. Aber, äh, die Sachen, mit denen ich es geschminkt habe, sind einfach nicht mehr meine liebsten. Bis auf der Lidschatten. Den finde ich irgendwie immer noch richtig cool. Und, äh, ja, also, ich werde mir merken, die BH Cosmetics Palette werde ich öfter benutzen. Der Eyeliner, der brennt ein bisschen. Ich werde ihn aber trotzdem nicht wegschmeißen, glaube ich, weil ich die Farbe einfach wahnsinnig hübsch finde. Vielleicht kann man den auch in der Mitte machen. Den Wing mit was anderem oder so. Muss ich ein bisschen rumprobieren. Denn die I Love Extreme Mascara kann ich mir gut vorstellen als erste Schicht. Und dann noch mit einer zweiten Schicht, die die Wimpern ein bisschen mehr trennt, drüber. Dann könnte ich mich mit der vielleicht auch wieder anfreunden. Was im Moment gar nicht mehr so mein Ding ist, ist eben jetzt der Augenbrauenstift. Das ist jetzt nicht so mein Fall. Und der Bronzer, den finde ich auch nicht so schön. Das ist hier sehr fleckig geworden. Was ich hingegen schön finde, ist das Flush. Das Puder gefällt mir auch. Der Concealer hat für mich nicht die gewünschte Deckkraft. Aber so, um kleine Sachen abzudecken, ist er eigentlich auch nicht schlecht. Und, äh, jetzt fehlen ja nur noch die Lippen. Und, äh, da habe ich sehr lange nicht mehr meine Manhattan Soft Matte Lip Cream benutzt. Ähm, und das ist die Farbe 54L. Und das ist wie ein Lipgloss, aber nicht glossig, sondern matt. Wenn das Sinn macht. Und, ähm, ich habe so viele Lippensachen und ich habe so viel davon schon so lange nicht mehr benutzt. Aber das ist eins davon und das trage ich jetzt mal auf. Jetzt muss ich mal kurz die Klappe halten. Mhm. Also das ist sehr schön. Finde ich. So. Also die lassen sich sehr, sehr schön auftragen. Die sind sehr, äh, weich. So, ähm, ein bisschen wie, so seidig. Und, ähm, die sind so, so geschmeidig gehen die auf die Lippen irgendwie. Ähm, sind jetzt aber so auch sehr, sehr rutschig. Also, das ist, glaube ich, einer der Gründe, warum ich das sehr wenig benutze. Weil ich einfach Angst habe, dass es sofort verrutscht und an meinen Zähnen und an jeglichen Trinksachen und so weiter hängt und nicht lange hält. Aber, ich finde, so jetzt zu diesem Look sieht das, äh, sehr schön aus. Seine sehr schöne Farbe. Und dadurch, dass das matt ist, ähm, und nicht so glossig, sieht das aus, als würde es sehr lange halten. Aber ich glaube, es hält leider nicht so lange. Aber, äh, ja, also, der kommt auf jeden Fall auch nicht weg. Ähm, ich, äh, ja, ich finde die Farbe einfach so schön und die, das Finish, das der hinterlässt. Das Gefühl ist nicht so cool, weil es jetzt so glübschig ist. Aber, so vom Aussehen finde ich das doch sehr, sehr hübsch, muss ich sagen. So, also, das ist das fertige Make-up. Ähm, ich habe wieder so ein paar Schätzchens entdeckt, muss ich sagen. Dazu gehört auf jeden Fall das Blush und, äh, auf jeden Fall die, ähm, die Lidschattenpalette. Das war, was ich sagen wollte. Und, ähm, die Farbe von diesem Lippending hatte ich auch nicht so schön in Erinnerung. Also, es lohnt sich, man sieht, ähm, mal wieder alte Sachen auszuprobieren. Was mich jetzt natürlich interessieren würde, was ist denn was, was ihr schon ewig nicht mehr benutzt habt? Also, äh, lasst mir das auf jeden Fall mal in den Kommentaren da. Habt ihr auch so was, was ihr irgendwie eigentlich mal gut fandet und dann ewig nicht mehr genommen habt und dann gemerkt habt, hey, das ist eigentlich ganz cool. Und, äh, ja, wenn ihr Lust habt, dann können wir jetzt daraus eine Challenge machen. Jeder von uns schminkt sich jetzt mal hin und wieder oder ein bisschen öfter mit Sachen, die er gar nicht, äh, mehr benutzt, beziehungsweise lange nicht mehr benutzt hat. Und wenn man merkt, man findet's blöd, dann wandert es in den Müll. Weil da ist es doch besser aufgehoben als, äh, im Regal. Ansonsten blockiert es nur alles. Und, ähm, ja, dann war's das jetzt eigentlich auch mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und vielleicht irgendwie euch dazu angeregt hat, eure alte Schminke mal wieder zu benutzen. Und, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ciao, ihr! Ich wollte doch jetzt hier ein Video drehen, Mensch. So sieht's aus, wenn ich übrigens ein Video drehen will. Dann legt die sich da erstmal hin. Ja, ne? Schon wieder viel zu hell! Oh, Gott, ey. Das Licht ist einfach eine Katastrophe. Ähm. Oh, das Licht, das macht mich verrückt. Das Licht ist einfach eine Katastrophe.